Müssen Normung und Ethik Hand in Hand gehen? Normung und Ethik gehören unbedingt zusammen, weil die Normung dafür sorgt, dass Industriegüter, Wirtschaftsgüter, dass alle möglichen Dinge, die wir zum Leben brauchen, zuverlässig und in gleichbleibender Qualität verfügbar sind. Das ist eine Aufgabe, die zweckmäßigerweise in diese zwei Teile unterteilt wird, nämlich einmal derjenige, der den Standard setzt und dann derjenige, der dafür sorgt, dass der Standard umgesetzt wird. Vielen Dank.